So, hier bin ich also in diesem Freundschaftstempel und hier wird jetzt gleich die Hochzeit sein. Opa wird hier sitzen und da werde ich schon stehen. Die Leute sitzen drumherum, da oben die Oma sitzen und dann kann man hier super runter gucken. Und wir sind eine halbe Stunde aufgestiegen, um diese Zeremonie abhalten zu können. Sind total nass geschwitzt, so wie damals in Uganda, aber es ist super. Einfach ein super toller Platz, um zu heiraten. Also wir freuen uns drauf.